Brompton hat für das Modelljahr 2020 neue Farben präsentiert. Rot ist ja schon immer eine Brompton-Farbe. Jetzt gibt es mit House Red eine neue Variante, die laut Brompton ein Mix aus frisch, kraftvoll und elegant sein soll. Orange ist wieder zurück. Laut Brompton war die Nachfrage nach dieser klassischen Farbe groß. Somit wurde das leuchtend-dynamische Orange wieder ins Programm genommen. Graphite Metallic – ein mattes Grau, das fein und klar strukturiert ist. Diese Farbe war zunächst dem Chapter 3 vorbehalten, nun gegen Aufpreis auch für andere Modelle zu haben. Noch immer, zumindest in Österreich, nicht zu haben, ist das Brompton Electric, neueste Verfügbarkeitseinschätzung eines österreichischen Händlers, Jahresende 2020. Bis dahin bleibt einem zumindest die Freude an den neuen Farben, die für 2020 ins Programm genommen wurden. Nachbar Brompton 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 Untertitelung des ZDF, 2020